Die sportliche Meldung des Tages kommt heute vom SV Waldhof Mannheim. Denn der Verein und sein bisheriger Trainer Patrick Löckner werden nach der Saison getrennte Wege geben. Das haben der Geschäftsführer Sport des Drittligisten Tim Schork und Patrick Löckner auf einer außerordentlichen Pressekonferenz heute gemeinsam mitgeteilt. Schork dankte dort seinen bisherigen Coach für die gute Zusammenarbeit. Glöckner trainiert ja den SV Waldhof seit Juli 2020. In dem ersten Jahr führte der 45-jährige den Mannheimer auf den achten Tabellenplatz. Aktuell sind sie sogar auf Platz 15, aber das ist anscheinend zu wenig für die Aufstiegsambitionen im kommenden Jahr. Die Mannschaft wurde heute Vormittag von Tim Schork und Glöckner über die Trennung informiert. Dabei wurde es in der Kabine offenbar emotional. Also ich persönlich konnte den Jungs gar nicht in die Augen gucken, weil ich weiß, wie wir zueinander stehen. Und es ist für mich unwahrscheinlich schwer, weil es wird ja ein familiäres Verhältnis mit der Zeit. Du arbeitest tagtäglich zusammen. Und ja, ich konnte auch nur drei, vier Sätze sagen, dann ging es nicht mehr. Von daher, ja, wir sind ein Team. Und wir müssen noch ein paar Stunden anschauen.